Was ist das erste Repertoire-Opernstück? Ich habe mich gefreut über das erste Repertoire-Opernstück, was ich jetzt mache. Ich fand das erst mal eine interessante Herausforderung, weil Freischütze hat eine ganz große und lange Rezeptionsgeschichte. Im Gegensatz zu den drei Opern, die ich bis jetzt gemacht habe, wurde die in sämtlichen Variationen und Interpretationen bereits inszeniert. Und ich habe das erst mal nur als Herausforderung gesehen, wie man das heute 2022 dann trotzdem in irgendeiner Relevanz auf die Bühne bringen kann, weil es einfach schon 10.000 Mal hoch und runter inszeniert wurde. Es ist natürlich ein Nationalmythos, der dort zelebriert wird. Und ich glaube, das ist auch aus gegenwärtiger Perspektive, again, auf vielen Ebenen problematisch. Also dieser folkloristische Patriotismus. Wir beziehen uns eigentlich auf die Urgeschichte von Freischütze und das spielt er in der Psychiatrie und in dem Kopf von Max. Und er ist eher in einer völlig verrückten, drogenberauschten Opiumwelt, in der er sich das alles imaginiert und man nicht genau weiß, ob das Realität oder Fiktion ist, in der er ist. Das heißt, er begibt sich in eine Situation, wo er nicht unbedingt zurechnungsfähig ist. Und auch dieser ganze Nationalwahn, also ich nenne ihn auch bewusst Nationalwahn, wie so aufpoppt in einem Rauschmoment und sich das darüber halt auch erzählt. Ich glaube, es correspondiert wunderbar miteinander, weil das irgendwie, also die Farben des Bühnenbildes, der Kostüme und die romantischen Elemente, das geht irgendwie sehr gut ineinander, als ob man das dafür gemacht hätte. Ja, es hat sich irgendwie ein bisschen was geändert, aber es ist schön, wieder hier zu sein, vor allem von der Kleinsten auf die große Opernbühne zu wechseln. Ist natürlich erstmal irgendwie so, wenn man jetzt zurückschaut in den letzten sieben Jahren, was so alles passiert ist, finde ich es irgendwie schön, jetzt hier irgendwie eine größere Apparatur zu bespüren. Aber ja, es ist schön, es gibt ganz viele Leute, die ich von früher noch kenne und man jetzt einfach auf einem anderen Niveau miteinander arbeitet. Kindert? Ja